Ja, das ist der Wahnsinn, was hier heute abgeht mit Fuel. Hier haben wir die beiden Superstars, die aber allerdings hinter der Kamera stehen. Was hat euch bewegt, diese legendäre Figur Egon Müller so ins Korn zu nehmen für euer Fachblatt? Egon Müller ist natürlich kultig, da müssen wir auf jeden Fall was drüber bringen. In der nächsten Ausgabe von der Fuel gibt es mal was Schönes zu lesen.